Rund 12.000 Menschen haben sich am Montagabend auf dem Römerberg zu einer Kundgebung gegen Fremdenfeindlichkeit versammelt. Das Römerberg-Bündnis sowie fast 200 weitere Organisationen hatten zu einer friedlichen Zusammenkunft unter dem Motto Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit aufgerufen. Angemeldet hatte die Veranstaltung Harald Fiedler vom DGB. Er findet, dass gerade in einer Stadt, in der jeder Zweite einen Migrationshintergrund hat, ein solches Zeichen wichtig ist. Wir haben ja die Entwicklungen gesehen, die insbesondere in Dresden losgetreten worden sind. Wir haben gesagt, gerade von dieser internationalen Stadt Frankfurt muss ein Signal ausgehen, in dieser Republik auch, wo deutlich wird, dass wir beispielhaft zeigen können, dass hier Menschen in Frankfurt von über 190 Organisationen friedlich zusammen leben, aber auch friedlich zusammen arbeiten. Und wir lassen uns nicht aufhetzen von so ein paar irren Volksverhetzern. Auch die Stadtregierung, allen voran Oberbürgermeister Peter Feldmann, hatte im Vorfeld zur Teilnahme an der Veranstaltung aufgerufen. Diese Stadtregierung hat sehr klar gemacht, dass wir in dieser internationalen Stadt Fremdenhass nicht haben wollen. Wir wollen keine Ausländerfeindlichkeit, wir wollen Mitmenschlichkeit, wir wollen Toleranz und wir heißen jeden Gast willkommen. Sogar diejenigen, die dagegen demonstrieren, haben das Recht dazu. Aber das Wichtige ist das Signal, dass wir zusammen sind, dass wir einig sind, dass wir für diese Geschichte dieser Stadt, die immer vielfältig, die multikulturell war, die offen tolerant war, dass wir das verteidigen wollen. An der Hauptwache ging es derweil nicht ganz so ruhig zu wie am Römer. Hier hatten rund 4.500 Gegendemonstranten 100 Pegida-Anhänger eingekesselt. Unter ihnen Organisatorin Heidi Mundt und NPD-Mann Stefan Jaksch. Auf Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es kam dabei auch leider schon zu Ausschreitungen. Es wurden Polizeibeamte angegriffen, um zu verhindern, dass den Pegida-Anhängern der Zugang zu ihrer Versammlung ermöglicht wird. Da ist auch Diverses geflogen. Wir haben die Kenntnis von Flaschen, es sind wohl Stühle geflogen und zahlreiche Feuerwerkskörper. An den angekündigten Spaziergang der Pegida-Leute war angesichts der Übermacht der Gegendemonstranten nicht zu denken. Egal ob an der Hauptwache oder am Römerberg, das Zeichen der Frankfurter war klar. Pegida nicht in unserer Stadt. Ich bin hier, weil ich auf jeden Fall Gesicht zeigen will. Ja, letztendlich für Meinungsfreiheit, für Freiheit, für gegen die Nazis, die da drüben laufen. Ich bin heute hier, einen Zivilcourage zu zeigen gegen Rassismus, latenter und offener Rassismus. Ich stehe für eine weltoffene Stadt Frankfurt. Das ist meine Stadt und ich möchte auf keinen Fall, dass Pegida sich hier festsetzt oder hier demonstriert. Das ist hier von der Fußball-WM. Willkommen bei Freunden. Das müssen wir ernst nehmen und das müssen wir ernst machen mit ganz viel Lächeln im Gesicht. Deswegen bin ich hier. Pegida-Organisatorin Heidi Mund kündigte an, wiederkommen zu wollen. Doch auch die Frankfurter, die Werte wie Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit hochhalten, sind dann sicherlich wieder auf der Straße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017